Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Video. Ja, es ist schon ein bisschen später, es ist 11 Uhr abends und dann einige kennen es bestimmt. Ich liege hier im Bett und habe mich noch ein bisschen durch YouTube durchgeschaut und bin dann zufällig auf ein ganz interessantes Video gestoßen, nämlich auf einen Reportagebeitrag von, ich glaube, WDR. Ja, und zwar ging es dort darum, die haben Leute begleitet, sehr junge Leute, unter anderem eine 20-Jährige und eine 24-Jährige, die Schönheitsoperationen machen wollten. Und ich habe mir das Video angeschaut, weil ihr wisst ja, auch ich habe mich mal einer bestimmten Schönheits-OP unterzogen. Ich habe mir ja mal die Brüste vergrößern lassen. Mittlerweile sind die Implantate wieder entfernt. Meine Follower hier kennen die Geschichte und auf jeden Fall habe ich mir dieses Video gerne angeschaut, weil es halt für mich immer schön, also ja, weil es für mich halt immer speziell ist, darauf zurückzuschauen, wenn ich jemand anderen sehe, in einem ähnlichen Alter wie ich, der halt sagt, er will aus dem und dem und dem Grund eine Schönheits-OP machen. Und ich sehe dann immer so schmunzeln, so mich, so, ja, so habe ich auch mal gedacht, an dem Punkt war ich auch mal und heute sehe ich das Ganze ein bisschen anders. Auf jeden Fall hat dieses Video mich dazu angeregt, euch mal endlich einen, ja, einen Bericht zu geben nach meiner Brustimplantat-Entnahme. Es ist jetzt etwa vier Monate her, ja, Luna ist übrigens auch noch hier. Ja, es ist jetzt ungefähr vier Monate her, wo ich mir meine Brustimplantate habe entfernen lassen. Und, ja, ich habe euch eigentlich, auf Instagram habe ich ab und zu mal darüber geschrieben, aber ich habe noch nie in einem Video gesagt, wie ich mich überhaupt fühle, wie es mir so geht, wie die Heilung so verlaufen ist. Und dieses WDR-Video hat mich jetzt gerade dazu inspiriert, euch da mal wieder einiges dazu zu sagen. Ja, bevor ich anfange, möchte ich unbedingt sagen, dass ich mit diesem Video natürlich, wie mit keinem Video von mir, irgendjemanden angreifen will. Und mir ist einfach ganz wichtig, dass die Zuschauer, die sich ja vielleicht schon der einen oder anderen Schönheits-OP unterzogen haben, mich jetzt hier nicht falsch verstehen. Es geht mir nicht darum, irgendwie Schönheits-OPs jetzt schlecht zu reden. Also, nein, auf gar keinen Fall. Ich habe ja selbst auch mal Schönheits-OPs gemacht und denke heute einfach ein bisschen anders darüber. Aber das sind nur meine persönlichen Erfahrungen, meine persönlichen Ansichten und meine persönliche Meinung. Und wir alle dürfen ja unsere persönlichen Erfahrungen machen, unsere persönliche Einstellung haben. Das sollte auf jeden Fall so sein. Also, bitte, bitte, bitte fühlt euch nicht irgendwie angegriffen. Ja, ich weiß nicht, wer von euch alles mich schon eine Weile verfolgt. Auf jeden Fall von mir hat man schon einiges gesehen. Ich habe schon einiges in meinem Leben ausprobiert, einige Erfahrungen gemacht, so viel dadurch gelernt. Zu mir und meiner Persönlichkeit möchte keinen einzigen Tag davon missen. Auch wenn ich einige Sachen, die ich gemacht habe, oder sehr viele Sachen, die ich gemacht habe, heute nicht mehr machen würde. Aber zu diesem Zeitpunkt hat es gestimmt und das alles hat mich zu der Person gemacht, die ich heute bin. Mua, gerne. Ja, angefangen mit dem Drang nach Perfektionismus hat es bei mir eins mit, ähm, ich will abnehmen. Das war eigentlich der Anfang. Ich habe mit 18 mit Fitness begonnen. Und damals ging es nur, um ein bisschen eine bessere Figur zu haben, ein bisschen in Form zu kommen, meinen Körper ein bisschen zu formen. Und anfangs war auch alles ganz gut. Ähm, nur irgendwie ergab sich das Ganze vom einen zum anderen. Ich werde jetzt hier nicht nochmal meine gesamte Geschichte erzählen. Ich will ein bisschen hier zum Punkt kommen. Auf jeden Fall, es begann beim Ich-Will-Abnehmen und ging dann immer weiter bis zum OP-Tisch. Ja, und heute sitze ich hier mit Luna abends um 11 auf meinem Bett und bin aus meinem Perfektionismuswahn aufgewacht. Ich weiß aber, dass viele, vor allem Frauen in meinem Alter, Minderwertigkeitskomplexe haben, weil sie einfach irgendwo durch so hohe Ansprüche haben, weil in der heutigen Zeit einfach so ein surreales Bild von Schönheitsidealen hier in der Welt rumschwirrt und halt immer mehr Leute meinen, sie müssen sich daran orientieren und werden dadurch unzufrieden mit ihrem Körper, mit ihrem Wesen und haben den Drang nach Veränderung, den Drang zu Perfektionismus. Ja, wir vergleichen uns ständig oder leider sehr viele von uns vergleichen sich ständig mit surrealen Idealbildern und so war das auch einst bei mir. Als ich mit Fitness begonnen habe, habe ich mich an diesen weltbekannten Fitnessmodels, wie zum Beispiel Paige Hathaway, Michelle Lewin, Larissa Rice und alle diese, ja, diese perfekt geformten, gestillten, operierten Frauen, ich habe mich an denen orientiert. Und eigentlich, also nicht, dass ich jetzt die irgendwie kritisieren will, aber es ist einfach so, ja, es ist einfach Fakt, ich glaube, das kann ich so sagen, eigentlich habe ich mich ein Stück weit wegen denen so verändert, wie ich mich verändert habe. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, weil schlussendlich bin ich ja selber ein Mensch, ich habe meine eigenen Entscheidungen getroffen, aber eigentlich, ich meine, ja, ist ja ganz klar, wie kam ich überhaupt auf die Idee, dass ich mir jetzt die Brüste vergrößern lassen will. Das war eigentlich nur, weil ich das halt auf deren Fotos ständig gesehen habe, ja. Stellt euch vor, ich habe die Abonnieren auf Instagram und täglich scroll ich hier durch meine Timeline und ich sehe einfach immer diese Fotos, 0% Körperfett und, ja, stahlharte Apps und dann einfach immer noch wunderschöne, große, perfekt runde weibliche Brüste. Und nur, weil ich das ja gesehen habe, kam ich auch irgendwie auf die Idee, dass ich das auch machen könnte. Was passierte also? Ich habe mich davon leiten lassen, dass ich das auch gemacht habe schlussendlich, weil ich es halt dort gesehen habe und halt für schön empfunden habe, eben für dieses surreale Idealbild. Nochmal, nicht, dass ich jetzt da die Schuld gebe, es war einfach so. Auf jeden Fall, was passierte? Ich selber habe den gleichen Fehler gemacht. Auch ich habe mir die Brüste vergrößern lassen und auch ich habe solche Fotos gepostet und ich habe damals noch nicht realisiert, dass ich eigentlich hier so einen Rattenschwanz auslöse, ja, so einen Teufelskreis, so eine niemals endende Geschichte, weil meine Postings würden ja dann auch von anderen, vor allem Mädchen gesehen werden, die jetzt mich als ihre, wie ich damals Paige Hathaway zum Beispiel gesehen habe, Versteht ihr, was ich meine? Was habe ich so mitgemacht? Eigentlich anderen auch dieses surreale Idealbild weitergegeben und somit auch andere verunsichert. Natürlich gibt es sehr viele, die sich einer Schönheits-OP unterziehen und danach glücklicher sind oder es gibt Leute, die eben unter Selbstbewusstsein leiden, weil sie finden, ihre Brust ist zu klein oder zu groß oder ihre Nase ist zu schief oder was auch immer und sie denken, sie werden danach glücklicher. Das mag natürlich irgendwo durchstimmen, denn auch ich war damals super happy im ersten Moment, ja. Ich hatte endlich diese Brüste, wie sie auch meine Vorbilder hatten und so, wie ich es ja auch wollte und ich habe mich super schön gefühlt und ich war super happy damit. Aber nicht für eine lange Zeit. Denn das ständige Vergleichen hörte nicht auf und sind wir ehrlich, vielleicht, ja, diejenigen, die operiert sind, können wir jetzt da vielleicht auch zustimmen, sobald man oder in den meisten Fällen, es gibt ja, es ist nicht schwarz-weiß, aber in den meisten Fällen, das war auch bei mir so, ist es doch so, es hört nicht auf. Das sieht man zum Beispiel ganz gut beim Fitness, ja. Man sagt sich, ah, ich will Sport machen, meine Beine sind zu dick, zum Beispiel. Man trainiert, irgendwann sind die Beine okay, man ist damit zufrieden, ja, zum Beispiel, ja. Und dann geht es ja weiter. Ah, jetzt will ich ja einen besseren Po haben. Wenn denn der Po okay ist, kommt, ja, jetzt will ich ja einen flacheren Bauch haben. Oder zum Beispiel, man hat ein paar Pfunde zu viel, man will abnehmen. Irgendwann hat man abgenommen und dann kommt, jetzt will ich Muskeln aufbauen. Dann baut man Muskeln auf und das ist irgendwann so ein Kast und dann kommt wieder das nächste Ziel. Jetzt will ich ja mich definieren. Und irgendwo durch ist es auch so bei den Schönheits-Op. Jetzt sind meine Brüste perfekt, ja, aber jetzt vielleicht die Lippen, ja, wissen wir alle. Auch ich hatte mir die Lippen eine gewisse Zeit lang ausspritzen lassen. Habe ich jetzt übrigens seit, gerade überlegen, Oktober, dann fahren wir Dezember, Januar, seit einem Jahr und drei Monate gar nichts mehr gemacht und Hyaluron barst sich ja ab. Die sind schon wieder etwas schmaler und ich habe auch nicht das Bedürfnis, die immer wieder weiter aufzuspritzen. Also, ja, es ist überhaupt kein Bedürfnis mehr da, irgendwas zu machen. Sieht man mir vielleicht auch an. Gerade hier komplett ungeschminkt irgendwie und ich fühle mich einfach wohl in meiner Haut, so wie ich bin. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich noch irgendwie was machen müsste und dieses Gefühl möchte ich auch euch geben. und vielleicht schaut jetzt gerade jemand zu, der sich überlegt, eine OP zu machen und für diese Leute mache ich dieses Video. Ich will niemandem sagen, was ihr tun lassen sollt. Die Entscheidung liegt alleine bei euch. Aber vielleicht hätte mir auch das damals gut getan. Jemand, der mir ein bisschen, ja, der, ein Vorbild von mir, der mir diese Worte gegeben hat, ja. Weil, ähm, es ist wirklich so, man macht etwas und es hört nicht auf. Man denkt irgendwie, bald mal wieder an das Nächste. Was viele nicht wissen, ich habe mir sogar eine Zeit lang überlegt, mir die Nase zu machen. Obwohl meine Nase, also, bitte sehr, also heute, mein Gott, ich habe mir das, ich war jetzt nicht irgendwie ernsthaft, ich würde das unbedingt machen, aber ich habe es mir überlegt, in einer gewissen Phase, ja. Und, äh, obwohl einige, ich habe diesen Kommentar auch schon gelesen, einige haben mich auch schon beschuldigt, ich hätte mir die Nase machen lassen oder die Wangenknochen machen lassen oder was auch immer. Leute, Brüste waren gemacht und Leben habe ich mir aufgespritzt und sonst, also, mein Gesicht ist mein Gesicht. Ähm, anyway, anderes Thema. Ja, in meinen Augen ist dieser ganze Beauty-Man eine Krankheit. Ähm, ich sage mal, Fitness und Sport, man, ihr wisst alle, dass ich das eine Zeit lang auch viel extremer gemacht habe. Ich habe es vorhin so ein bisschen gesagt, ja, aufbauen, dann immer wieder definieren und On-Season, Off-Season. Das war bei mir auch mal so. Heute habe ich mich so komplett davon distanziert. Heißt aber nicht, dass ich keinen Sport mehr mache und mich nicht mehr gesund ernähre. Natürlich mache ich das nach wie vor, aber halt aus einem ganz anderen Aspekt. Für mich steht Gesundheit und Wohlbefinden an erster Stelle. Und bei mir gibt es manchmal eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, wo ich gar nichts trainiere. Und dann gibt es in einer Woche, da habe ich total Lust drauf, mich richtig sportlich zu betätigen. Aber das Ganze, so wie auch mit der Ernährung, mache ich halt intuitiv. Ihr wisst, ich ernähre mich pflanzlich, dies aber nicht aus irgendwie dem Grund, dass ich irgendwie einer bestimmten Diät folge. Also das Wort Diät ist bei mir komplett gestrichen. Ich mache alles einfach, was mir gut tut. Und ich esse das, worauf ich Lust habe. Ich mache den Sport, den ich mag. Und dieser ganze Fitness-Wahn und Beauty-Wahn, den habe ich durchlebt und hinter mir gelassen. Ja, ich kann von mir behaupten, dass ich schon immer eine starke Frau war, aber ich bin auf jeden Fall noch einmal einem gigantischen Meilenstein weitergekommen, was das Thema Selbstakzeptanz und Selbstliebe betrifft. Und ja, wenn ich so auf mich zurückschaue, diese damals 20-jährige Anja, die sich die Brüste vergrößern hat lassen, hat halt nur daran gedacht, oh, ich werde die OP machen, weil das dann doch toll aussieht und das trägt man ja jetzt so. Und ich habe halt wirklich nur an oberflächliche Dinge gedacht. Und ich weiß, dass ich da lange nicht die Einzige bin. Ich weiß, dass es vielen so geht. Und ich meine, heute, wenn ich mir überlege, hey, mein Gott, ich war da irgendwie in L.A., habe mich da irgendwie einfach operieren lassen bei einem Arzt, der da irgendwie eine andere Fitness-Fanatikerin mir empfohlen hat und ich habe irgendwie null darüber nachgedacht, was das überhaupt bedeutet. Dann überlegt euch mal so ein Implantatkissen. Ja, einige würden jetzt sagen, ich bin jetzt hier ein bisschen zu extrem, aber das ist doch einfach irgendwie so ein Fremdkörper. Das ist doch einfach irgendwie so ein Giftbeutel, den ich mir in meinen Körper habe einsetzen lassen. Also das ist ja irgendwie, keine Ahnung, das ist ein Eingriff in meinen wunderschönen Körper. Ja, ich meine jetzt nicht, ich bin so schön. Ihr wisst, wie ich es meine. Der Körper ist doch sowas Schönes und wir alle sind so einzigartig schön, so wie wir sind. und ich kann manchmal echt mich nicht, ich kann es manchmal nicht verstehen, ja, aber ich kann es nicht verstehen, was mich damals dazu bewegt hat, jetzt heutzutage. Respektive, ich bin allerseits unglaublich stolz auf mich, weil ich wirklich einfach sehen kann, das macht mich baff, daran zu denken, boah, wie konnte ich damals nicht ein bisschen weiter denken. Aber es ist ein Zeichen, dass ich mich weiterentwickelt habe und das ist ein gutes Zeichen. Denn, ja, Menschen sind Wesen, die Fehler machen und die als Fehler lernen. Die meisten auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall so jemand. Ich kann zu, ich will jetzt nicht sagen Fehler, aber, ja, was ich sagen will, ich kann zu Fehlern stehen, aber trotzdem sehe ich all diese Sachen nicht als Fehler. Denn ich würde heute nicht hier sitzen und dieses Video machen. Ich würde heute nicht die Person sein, die ich bin. Ich wäre heute nicht so selbstbewusst, so im Reinen und so im Einklang mit mir selber. Wenn ich nicht alles in meinem Leben so erlebt habe, wie ich es habe. Ja, wie ist es dazu gekommen, dass ich heute so denken kann? Vielleicht gibt es die eine oder andere Frau hier draußen, die nicht ohne Make-up aus dem Haus traut, geschweige denn, sich so in ein Video traut, wie ich hier. Hätte ich übrigens vor ein paar Jahren auch nicht gemacht. Never. Aber heute kann ich es, weil ich bin ich. Mit Make-up, ohne Make-up, mit was auch immer, ist mir egal. Ich bin ich. Ich brauche da nichts dazu. Und ich weiß, dass viele das nicht können und sich vielleicht fragen, boah, wie schafft man das? Und es ist noch schwierig. Ich versuche jetzt das mal zu formulieren, wie ich das geschafft habe. Es ist nicht ganz einfach. Ich glaube, ich habe das geschafft, eben weil ich alles so erlebt habe, wie ich es erlebt habe. Ihr wisst auch, dass ich in meiner extremen Fitness-Fanatiker-Zeit, in meiner Bodybuilding-Zeit, dass ich Anabolika konsumiert habe. Und ja, zu der Story gibt es weitere Videos, verlinke ich unter diesen, dass ich jetzt hier nicht ein 3-Stunden-Video mache. Auf jeden Fall, als ich irgendwann stark genug war, diese Sucht zu beenden, was ist dann passiert? Ich bin extrem aufgegangen. Ich habe extrem Wasser eingelagert. Meine Hormone waren komplett im Ungleichgewicht. Ich habe richtig zugenommen. Ich litt unter Fressattacken. Und vor diesem ganzen Fitness-Fanatiker, bevor ich überhaupt mit Fitness angefangen habe, war ich eigentlich immer ein schlankes, feines, natürliches Mädchen. Eigentlich genau so, wie ich es jetzt wieder bin. Und ja, was diese ganzen Medikamenten, Sachen und Zeugs mit mir gemacht haben, das war einfach eine Phase. Und ja, jetzt fragen mich viele wieder, boah, du bist ja mega dünn. Und eigentlich meine Antwort ist immer, Leute, ich bin nicht mega dünn. Ich bin einfach so, wie ich immer gewesen bin. Und ich bin wieder die Anja, die ich eigentlich vor diesen ganzen Craziness, vor diesen ganzen Craziness-Zeiten immer war. Auf jeden Fall, ja, wie kam es dazu, dass ich heute wieder hier hingekommen bin? Ich glaube, es ist wirklich, weil ich alles so erlebt habe, wie ich es erlebt habe. Und eben zum Beispiel nach meinem Stoffabsetzen halt so extrem zugenommen habe. Ich habe mich so unwohl gefühlt. Ich hatte wirklich damals auch psychisch eine sehr schwierige Zeit. und ich war einfach an einem totalen Tiefpunkt und das Ganze wieder daraus kämpfen, hat mich wieder dahin gebracht, weil ich einfach irgendwie vor dem Spiegel stand, mich angesehen habe und gedacht habe, wow, was hast du mit dir gemacht? Nur wegen so einem Fitnesswahn und Beautywahn, Operationen hier und da, Drogen da. hast du dich selber so jetzt dahin gebracht, jetzt an dieses Tief, jetzt wirst du so aufgedunst, deine Hormone stimmen nicht mehr. Ich habe eigentlich so gedacht, ich will wieder zu der Anja zurück, die ich mein Leben lang war, vor diesem ganzen Extrem. Ich wollte mein wahres Ich zurück, all das, was ich war, bevor dieser ganze Medienrummel und dieses Instagram-Zeugs und alles begonnen hat. Ich wollte einfach wieder meine wahre Person zurückhaben. Klingt vielleicht alles ein bisschen, ja, aber es ist so. Wie gesagt, bereuen tue ich nichts. Hätte ich meine Erfahrungen nicht gemacht, wie ich sie gemacht habe, würde ich vermutlich heute noch in diesem Fitnesswahn und in diesem Beautywahn herumschwirren. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja Anja, also versuch nicht hier irgendwelche Leute vor Fitnesswahn und vor Beauty-OPs zu warnen. Die müsst ihr ja ihre Erfahrungen auch machen. Natürlich müsst ihr eure Erfahrungen auch machen, aber vielleicht könnt ihr jetzt bezogen auf ein bisschen die extremeren Erfahrungen, wie ich sie gemacht habe, dieses Video zur Hilfe nehmen und euch einfach von jemandem sagen lassen, der das Ganze schon für euch sozusagen gemacht hat. Ja, wie gesagt, jetzt dieses Video, vier Monate nach meiner Brustimplantatentnahme, wie fühle ich mich? Ich habe gar nicht groß irgendwie darüber, doch, ich hatte ein, zwei Instagram-Posts, habe ich gesagt, mir geht super, ein paar Vor- und Nachher-Wähler auch gemacht, aber es kam mir groß was, weil ich es sozusagen eigentlich fast schon wieder vergessen habe. Eigentlich von Tag eins an habe ich es einfach direkt akzeptieren können. Ich musste mich null irgendwie daran gewöhnen oder sonst irgendwie was. Ich war einfach nach dem ersten, also seit dem OP-Tag der Brustimplantatentnahme einfach wieder so happy und einfach wieder ich und wenn ich jetzt so denke, okay, erst vier Monate her, ich habe das Gefühl, das war doch schon immer so. Also mir ist das überhaupt nicht schwer gefallen. Es ist auch alles super gut verheilt. Das war für mich so der letzte Schritt, den ich noch machen musste, um wieder zurück zu meiner Person, wie sie ist, ohne drum und dran zurückzukommen, weil, ja, mit meinem ganzen Bodybuilding-Extreme habe ich ja 2015, Frühling 2015, geschafft, aufzuwenden, da habe ich den Absprung geschafft und die Implantatentnahme war im September 2017 und in dieser Zeit habe ich halt schon psychisch wieder voll zu mir selber zurückgefunden und die Implantate waren halt so das Letzte, was mich immer noch an diese Zeit erinnert hat, was mich immer noch an diese Zeit erinnert hat, an diese, ja, fast zwei extremen Jahren, 2013 und 2014. Das war so eben meine extremere Zeit, die ich nicht missen möchte, aber die mich auf jeden Fall einiges gelernt hat, aber ich bin froh, es ist die Zeit vorbei und die Zeit muss nicht wieder kommen und ich hoffe auch für euch, dass diese Zeit nicht kommen muss. Trotzdem, vielleicht gibt es immer noch die eine oder andere Zuschauerin, die sagt, ich will meine OP trotzdem machen und da will ich natürlich nicht reinreden. Diejenigen, die ihre OP schon haben und glücklich sind damit, super, ist doch, ja, jedem das Seine. Für mich persönlich, wie gesagt, es ist ein Video auf meinem Channel, wo ich über meine persönlichen Erfahrungen rede und ich, meine persönliche Meinung, ich finde es einfach schade, wenn ich sehe, wie viele junge Leute sich irgendwelchen Beauty-OPs unterziehen und ich frage mich halt immer, für was, für was macht man das, ja? Ich kann es natürlich verstehen, ich will niemanden verurteilen, ich war auch mal so, aber ich bin froh, habe ich irgendwie dahin gefunden, wo ich jetzt bin und das wünsche ich allen, die da auch noch irgendwo in diesen Unsicherheiten herumtappen, aber schlussendlich wünsche ich jedem, egal was er tut, egal was er macht, dass er glücklich ist mit sich selber, dass er seine innere Mitte findet und dass er einfach zufrieden ist mit seinem Leben und glücklich ist. Und ja, für mich persönlich habe ich das vollkommen erreicht, also das ist etwas vom absolut schönsten, für mich schöner als jeden Job, den ich je gemacht habe. das absolut wertvollste und schönste für mich ist meine Gesundheit und zurück zu mir selber gefunden, Moment, und zurück zu mir selber gefunden zu haben und zwar egal, ob das mit Make-up oder ohne Make-up oder mit Jockeyhose oder mit einem Abendkleid und High Heels, egal, ich bin einfach ich, egal was drumherum ist oder eben nicht mehr ist. Ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen, wie gesagt, unter diesem Video in der Infobox verlinke ich noch einige andere Videos von mir zu diesen Themen, die ich jetzt hier angesprochen habe und ich verlinke auch diese WDR-Doku von diesen jungen Menschen, die sich da zu ihren Schönheits-OPs haben begleiten lassen. Das war ja das Video, was mich zu dem jetzt hier gerade spontan inspiriert hat. Ja, wenn ihr jetzt noch irgendwelche Fragen dazu habt, vor allem jetzt Frauen halt, vielleicht gerade zum Thema Schönheits-OPs, dann schreibt mir diese gerne in die Kommentare oder schreibt mir auf Instagram eine DM, da bin ich fast noch aktiver als hier auf YouTube und ja, ich wünsche allen, die jetzt hier zugeschaut haben, dass ihr glücklich seid. Ich wünsche euch alles Liebe und bis hoffentlich im nächsten Video. Ciao.